Hallo und Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal. Wallop haben ein neues Video zu Missing in Action veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Alps on Fire enthalten, welches am 24. April auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album ist als CD und Download erhältlich. Das war es auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.